Die meisten sind bei der Amtsparade. Ich kann es nicht glauben. Das ist die 20. Welt. Ich war bei den meisten dabei. So 20 sind sehr, sehr viel. Waren diese Paraden ohne Erfolg? Ich sage eindeutig nein. Die Front der Verbieter, der Kriminalisierer, der Krieger, der Drohungskrieger, diese Front bröckelt überall. Sie bröckelt in Lateinamerika, sie bröckelt in den USA, sie bröckelt in Europa und sie bröckelt auch in Deutschland. Wir wollen, dass in diesem Jahr tatsächlich das Gesetz verabschiedet wird, dass Cannabis als Medizin allen, die es brauchen, zur Verfügung stellt. Aber damit nicht genug. In Lateinamerika, Mexiko, Guatemala, El Salvador haben sechs ehemalige Staatspräsidenten sich zusammengeschlossen und kämpfen für die Legalisierung von Cannabis. Nicht, weil sie das so gerne rauchen, sondern weil sie sehen, dass sie den Drogenkrieg verloren haben und anders, die vielen Toten, die jeden Tag in Mexiko, in den Amerika im Drogenkrieg fallen, nicht verhindert werden können. Sie sagen, ohne Legalisierung geht der Drogenkrieg nicht zu Ende. Deshalb brauchen wir Cannabis-Egalisierung überall in der Welt. Wir wollen keine Kriminalien für Cannabis. Cannabis und Cannabis müssen aber so behandelt werden, wie Alkohol und Zigaretten auch. Wir wollen die User schützen vor gepanschten Hand. Wir wollen die User, die ja irgendwann an den Hand kommen müssen, davor schützen, dass sie sich in die kriminelle Szene begeben müssen, dass sie selbst kriminell werden oder kriminalisiert. Deshalb wollen wir eine gleiche Behandlung von Cannabis mit Alkohol und Zigaretten. Das ist angesagt, das muss kommen, es darf nicht länger dauern. Ich habe bereits im Jahr 2002 auf der Hand verahne, nicht weit von hier, gefordert, dass mit dieser Lebenslüge unserer Gesellschaft in Europa und in der westlichen Welt Schluss einnimmt. Und mit der Lebenslüge, dass Alkohol und Zigaretten ein Lustfaktor sind, für den man sogar werben kann, für den man sogar in öffentlich-rechtlichen Medien werben kann. Dass aber Cannabis ein Mittel sein soll, von dem man krank wird, ein Mittel sein soll, das betäufelt ist, das Verbot und kriminalisiert werden soll. Das ist die Lebenslüge der westlichen Gesellschaft. Diese Lüge muss Schluss sein. Aber deshalb, bereits 2002, wenige Kilometer von hier da hinten, auf eine Handparade gefordert, als die Polizei in die Demonstration eingerückt ist, eingegriffen hat und legalen Hand beschlagnahmt hat, geht das Hand frei! Aus dieser Forderung 2002 ist ein Song geworden, der sehr viel für die Popularisierung dieser Forderung beigetragen hat. Wir müssen diese Forderung auf allen Wegen nicht nur auf der Handparade umsetzen, dafür werben, dafür Propaganda machen. Wir müssen in kurzen Parolen der Bevölkerung klar machen, warum wir das wollen, dass es uns nicht darum geht, Menschen, möglichst Jugendliche, unter Proben zu setzen, sondern dass es uns um die Freiheit der Menschen geht, so leben zu können, wie sie wollen. Und um die Freiheit, um die Freiheit, die auch Angst zu bekommen, der nicht gefährlich ist, der nicht gepanscht ist, der keine Substanzen enthält, die Luft machen. Das ist unsere Forderung. Deshalb müssen wir, und die wiederhole ich jetzt immer wieder, bis es fack ist, bis es durchgesetzt ist, gebt das Hand frei und zwar so fort, was wir wollen. Und die in Ring-Sイenz von der Schreshold das ist ein bisschen was wir wollen.